Ich habe sehr viel Spaß mit meinem Karabiner heute. Das wäre noch ein Maßen, weißt du was? Das ist eine gute Idee, einfach Gewehrsoldat, ist gut. Aber deinen Karabiner spielen, keine Truppführer, Punkte, nichts, einfach nur normalen Soldaten. Ihr werdet mir immer sympathischer. Die Karabiner sind alle reserviert. Ich muss den Scheiß mehr üben. Ja komm, ich mache jetzt aber auch mal Gewehrschätze schon. Es ist halt eine Anna, ich möchte Sonntag einen Torfführer spielen, damit ich einen G-41 habe. Nee, ein G-41, achso, wieso spielen wir hier und so, oder? Aber es sind sowieso nur noch Karabiner frei im Team. Haben die alle einen schnelleren Rechner als ich. Ja gut, nee, mach ich. Nein, ich will dir deine Wahl nicht wissen. Machst du ja nicht, meine Güte, muss ich halt am Leben bleiben vorne. Hol die Fleischpeitsche raus. Ja, es gibt keinen Tropfer ausbauen. Konzentration! Vergiss das nicht. Wie in die Ecke gedrängt, ist der Ivan am gefährlichsten. Unterschätzt den Feind niemals. Ihr wirst ihn auf schnellstem Weg für dich. Bist ein besserer Gewehrschätze, wenn man Stole und Rauchgranaten hat. Stimmt. Kalt, was kracht nicht? Das ist eine sehr schöne Wache. Finny, geh zum Ohrenarzt. Nicht, nicht, nicht. Nicht, 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 nicht. Ich muss kurz aufhören, und zu Atem kommen. Das ist nicht bei der N-U-D, das gibt's ja nichts. Was ist das? Was ist das? Ich bin aber schnell zu sehen, dass wenigstens ein paar Leute auf dieser Seite spielen dürfen. Aber ich meine, hier muss eine Arbeit jetzt nicht. Nein, 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 nein. So ist das heute. Ich glaube, der Stricher ist doch Felix irgendwie durchgekommen. Bis durchgekommen. treble. Im Blast touched. Are you serious? Ja, weg! Okay, wiii. Der ist wirklich nicht durchgekommen Die heizen ja irgendwie in unserem Sport Ach, nichts im Dorf Noch einer Der T34 im A-Grad Nein Und ich glaube Positionsdurchgaben machen ja auch keine mit so vielen Leuten, oder? Doch, die stehen auch Nicht wirklich, wo seid ihr? So helles Klappchen wie mich macht das immer Sinn Kiwi in nem Dorf Ja, das sind die hinten ganz drauf Das ist nicht unsere Wir sind in der Falle Worms Das ist eure Alter, ich bin zu beschissen Weil das kann Alter Ich hab dich nicht mal gesehen, das ist ein Klappchen Wir sind in der Falle Russische Art, weil ich in Ruhe Ja, sauber Das ist keine russische Art hier Doch, das ist russische Vielleicht wird der 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 Willst du nicht geflaggt werden auf YouTube? Er tut sich, schnackt ihn! Willst du nicht geflaggt werden auf YouTube? Dann müsste ich mal... mich zusammenreißen. Ach! Ja... Hat er ja gerade gehört. So haben wir wieder einen Piep! Danke, Fini. Fini! Okay, wir spielen jetzt. Oh, ich spiel gerade eine G-Solid. Ja, klar. Punkt Disziplin. Was? Find's euch! Kann man das essen? Ein Russen irgendwie oder ein deutsches? Russe! Also ich bin definitiv kein Gewehrschützer. Also mir gefällt sie gut in der Rolle, Anna. Ja, einen hab ich schon. Ich auch! Äh, Anna, ich weiß schon, warum wir ein Schützen drauf sind. Ja. Ich bin bitte gleich schlecht. Hm. So, mal bitte. Wann schickst du denn mal für das taktische Team mal wieder eine Einladung raus? Was für eine Einladung? Boah, guck doch mal auf die Tabelle. Ja, logisch. Ja, den wollte ich eigentlich nächste Woche integrieren. Wenn wir den Feint gegen den Feintrans gebracht haben. Vielleicht können wir den ja gegen den Strafgeld mitnehmen. Obwohl, dann wird er verschreckt. Glaube ich nicht. Wegen Strafgeld? Nein. Verschreckt. Er war schon geschränkt. Ja, pass mal auf, dann leert der Russischen Wechsel. Ich hab den Spaß hier auch mal gekriegt, ey. Ich brauche Artillerie, gleich diesen Croydonaten. Ah, mein MG deckt auch ab. Links hin. Warte, K-98, ich muss mal eben kurz über deinen Beinen sitzen. Die MG deckt nicht mehr ab, die ist tot. Über den Kamin sitzt nochmal, ne? Ja. Oh ja. Ist das Punk neu? Ja. Soll die Scheiße von mir wegtragen, der ist viel zu auffällig. Ein einziger Fehler und alles ist verloren. Schrafen, krass. Gewiss! Scheiße. Der liegt ganz hinten links von dem Dorf hinterm Zaun, K-98. Ja, war verlängerten Geraden. Scheiße. Keine Unterstützung. Ja. Rückenfreiheit! Warte, ich geh vor. Er schießt noch einer, ich hör ihn. Ja, warte, ich auch. So, ich zieh rüber. Ari... Deutsche Ari links vom Gathaus. Vorderstieg. Der sitzt an der D-Hauswand. Ja. Ich bin eh. Ja. Ja. Er hat sich da gar nicht mehr so schlecht hingesetzt mit dieser Panzerfalle direkt vor ihm. Ja. 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 Bist du auch bei einem Truffführer gespuckt? Ja. Bei ihm auch. G-V. Ja. 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 Unser Truffführer sitzt da rum. Wir spawnen da alle wie die Hasen auf der freien Wiese. Wir müssen uns nur noch abknallen, wie wir auf dem Graben gehen. Ja. So wie jetzt gerade. Ich hab's gar nicht mitgekriegt wie der mich erschossen hat. Ich war noch nicht mal richtig hoch. Zwei, drei Mann rechts im Graben. Wir werden hier von links und von rechts geschossen. Dieser Scheißgraben würde unser Tod sein. Jetzt rennen sie alle rein. Von rechts aus. Wir sind durchgebrochen, alles gut. Runter! Runter! Mussten nur ein paar Leute abfahren. Ja, ich bin da unten zweimal gestorben. Drei oder viermal. Keine Sorge. Alles normal. Jungs, erste auf der Straße, erste in der Kettzau. Ganz einfaches Prinzip. Okay, ich bin tot. Zu einfach. Rumsitzen und in die Schützengräben? Scheißen, retten sie jetzt den Krieg auch nicht. In dem ersten Weltkrieg, Kaul. Scheiß? Die Folgen von fünf Mann, die Rennen, kommen drei Mann durch. Ist doch okay. Seid wachsam! Fucking game. Und raus ist er. Ah, Schmachtel. Vorsicht! Ich weiß nicht, ob er tot ist. Oh, ich hab'n Plattenspieler aufgehoben. Scheiß. Na. Da saß der. Irgendwie sehe ich dir das nicht. Mein zweiter Abschluss ist die Zone. Ich bin entstattet auf mich. Watch the bottom right window of the building. Ah! Oh, oh my God, man. Das war mir unterhalten. Ich hab'n Til. Eben. NMG suppressing the windows Runter! Verdammt! Sofort runter! Verdammt! Winkt euch soweit! Gott zu meinem Arsch! Tor am Arsch! Wut! Ich steh zu diensten! Dieses Lause hier! Gehen wir mal in den Teko! Dieser lausige Karabiner hat nicht meinen Freund! Ich hab auf der ganzen Map drei Kills gemacht! Saal 2 Ich bin raus für heute! Kiwi! Ich wünsche dir was! Bis dann! Ciao! Hau rein! Tschüss dir! User disconnected from your channel! Ich bin entspanningen! vitro 4 Aaaaaaah! Idiot! Die Seite ist schon drin. Welche Seite? Kochen sich alle einen Tee? Hm? Ne, mein Tee ist schon gekocht. Oh, meiner auch heute Morgen. Ne, auch Sopfblüten. Schon vor einer längeren Zeit. Kennst du den? Klar kenn ich den. Lecker. So schön leicht gekühlt. Jetzt geht raus und säubert das Land von diesen Bolsheviken! Kann man auch aus der Flasche trinken. Muss nicht aus dem Glas sein. Die Flasche ist ein Glas. Hm, wie besteht aus dem Glas? Ja eben, so mein ich das. Weiß ich. Adida! Schon wieder nur Gewehrschützer übrig. Ich hasse Gewehrschützer. Ich bin absolut kein Karabiner-Typ. Um's verrecken nicht. Gewehrschützer. 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 Gewehrschützer, Weiß. corps lecker. Du gehst nirght woher, du verdammter Bolschewick. Hallo, wer hat damit angefangen? Ach, du da oben auch. Wie läuft es schon? Ich hab ihn dir angeschossen. Im Fenster. Ich hab ihn dir angeschossen. Ist das ein Bastard? Gut, hab ich ihn doch richtig verstanden. Ich brauche eine kurze Pause. Ich hab ihn gebrochen. ist der second floor charlie secured einer ist oben einer ist unten oh ja geil, der Wehrschütze ist frei, ich bin Russe ich hänge mich ja noch auf den Arsch die 4NL ist irgendwo rechts außen, noch hinten ich hab ihn über die Flanke gefahren was zur Hölle ist hier los? die Flanke gefahren sind die Flanke gefahren sind die Flanke gefahren sind die Flanke gefahren sind ach doch verdammt die Flanke gefahren sind die Flanke gefahren sind die Flanke gefahren sind Was ist denn da? Hast du noch Kontakt zu dir? Ja, aber... Der ruht... Was willst du denn? Wir wissen nur ob bei denen los ist, was bei denen gerade so kracht... Nö... Da ist schon ein kleiner Bruch drin... Ich brauche Deckung! Die scheinen hier einen neuen Mamba zu haben in diesem Metro... Ich kenne ihn nicht... Ja, auch der ist auch schon immer dabei... Ja... Er hat aber nicht oft gespielt... War noch mehr, richtig? Aber für unsere tschechische Abteilung... Unsere tschechische Abteilung... Unsere tschechische Abteilung... Future Soldier... Was wer? Ja... Future Soldier... Unsere tschechische Abteilung... Wir haben nur Kräner... Stimmt, das ist nur Kräner, ne? Außerdem ist der kein Kräner oder jeder mehr... Ja? Vorsicht, oben ist ein EDF da drin... Ja, ich sehe ihn... Achso, in A oben... Ne, der ist tot... Ne, der lebt... A ist umgesetzt... Dann sind zu viele Russenswürden... Ne, überhaupt kein Feuer in Widerstand... Nur ist da angezeigt werden eigentlich... Hat der Richtung Spawn geschossen, oder wohin? Ne, der hat mich gemässert, oben in der Arzt... Wir werden aber auf diesem Herzen sein, dann noch nach... Jetzt tot... Du gehst gern vorhin, du verdammter Volkermik! Der Liste ist ein Schwerfeuer! Lecht nachlass! Habt ihr den Schwerfeuer! Lecht nachlass! Lecht nachlass! Scheiße! Lecht nachlass! Lecht nachlass! Beide nachlass! Eine große Armee ist ein Witz, Bolshevik! Darauf scheiße ich! Entdeckung! Hm... Pardon! Ne, mal kurz nachkommen... Jo... Ne, mal getroffen! Ah, das ist so weit drin. Ich habe mich getraut! Jesus, mach hier! Mir ist kalt! Wie läuft es so? Verdammt! Werft doch euer Leben nicht weg! Ah! 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 Da! Ein Bolscher, bequeniger! Der hat, du, Feind getroffen! Nice one.